Yo, Leute, heim, herzlich willkommen zum 199. täglich, nein, es ist zwar der 199. Vlog, aber es ist in dem Sinne kein täglich Topra, weil es soll so ein kleiner Jahresrückblick sein. Ich möchte einfach so über das Jahr 2016 ein bisschen philosophieren und reden, was so passiert ist. Aber so wie ich mich kenne, werde ich eh die Hälfte vergessen, von daher probieren wir einfach mal, was geht. Um ganz ehrlich zu sein, ich mache das jetzt hier nur, um ein bisschen auf den, ja, meinen Rückblick 2016 Zug aufzuspringen und zum anderen, damit das hier der 199. ist und der eigentliche Vlog vom 31. auf den 1. Dezember, äh, genau, von dem 31. Dezember auf den 1. Januar der 200. Vlog ist. Einfach, weil es schön ist. Ja, ich könnte jetzt im Januar drüber reden, Reamp, aber, ja, war jetzt für mich nichts so Besonderes. Es war ein cooles Projekt auf jeden Fall, war chillig, ähm, Quantum an der Stelle nochmal bitte, weil ich habe in deinem Jahresrückblick gehört, dass du dich nochmal bedankt hast, ähm, deswegen, dass ich dich in Reamp reingeholt habe, weil das dein ganzes Jahr verändert hat. Oh, gern geschehen, gar kein Problem, Diggi. Wir reden nachher nochmal drüber. Ich fange einfach an am 13. März, denn da habe ich in diesem Jahr die 500 Abonnenten geknackt, was für mich ein großer Meilenstein war. Aber ich wollte eigentlich die ganze Zeit ein 500 Abonnenten-Special raushauen, habe ich nie gemacht, weil ich einfach zu faul, zu blöd, keine Ahnung, mir ist einfach nichts eingefallen, was ich machen kann. Ritwan wollte mir noch was vorschlagen, was ich machen kann, aber das haben wir dann irgendwie auch übergangen, keine Ahnung. Auch Mitte März, ich glaube am 15. ging es los, kam, äh, The Walking Battle, ein Battle-Projekt von dem lieben Herrn Dominik, also Domse. Und da war ich natürlich, wie kann es auch anders sein, mit meinem lieben Freund Lovely Potato im Team. Es war ein sehr kurzes Projekt für mich, er hat noch ein bisschen länger durchgehalten, ich habe, glaube ich, nur eine Folge durchgehalten. Da war ich echt angepisst. Welcome, ne, da war ich extrem angepisst auf dich. Denn er war derjenige, der dafür gesorgt hat, dass ich rausfliege. Nein, Quatsch, alles dann nur Spaß, Boy. Aber ne, man kann es vielleicht nachvollziehen, wenn man selber mal in so einer Situation ist. Man ist einfach in dem Moment so angepisst, denkt so, ah, der Wichser, aber danach ist ja alles wieder cool. Ja, dann im Juni hat zum einen Nuke 2 gestartet, wo ich eingeladen wurde. Ich habe nicht viele Parts davon gebracht, weil ich einfach gemerkt hatte, so ein Mod-Pack-Projekt ist nicht ganz so meins. Ich kann mich da nicht wirklich reinfinden und alleine wollte ich halt auch nie aufnehmen und andere sind ja dann auch abgesprungen. Und dann kam es ja nie wieder zu einer Aufnahme, deswegen war das Projekt ziemlich kurz für mich. Aber danke nochmal an Vendetta, dass ich da mit dabei sein durfte, auf jeden Fall. Ebenfalls einen weiteren Meilenstein meiner Videos und zwar haben wir an meinem Geburtstag, dem 9.6. diesen Jahres, den 100. Vlog aufgenommen, der aber erst am 10.6. veröffentlicht wurde, aber es war halt im Prinzip ein Geburtstags-Vlog und gleichzeitig auch mein 100. Da dachte ich echt so, krass, hey, 100 Vlogs in, ich glaube, einem Jahr und drei Monaten. Ja, ich glaube, im März damals hatte ich angefangen. Genau, März 2015 hatte ich angefangen und ja, im Juni 2016 hatte ich dann 100 Videos zusammen an Vlogs, ey, krass. Also das ist schon eine, mir ganz ehrlich weiß, klar, andere haben 1000 Videos. Ich meine, ich habe auch, glaube ich, insgesamt 700 oder so. 100 Vlogs ist schon, also für mich war das, bald haben wir ja innerhalb eines halben Jahres 200 Marke geknackt, krass, ey. Ja, in dem Zuge von diesen 100 Vlogs ist dann auch eine neue Rubrik auf meinem Kanal entstanden, nämlich die Rubrik Topra dreht, die ja mit meinem Studium zusammenhing, weil ich ja öfters auf Drehs war. Und ich wollte in dieser Zeit nicht, dass die Drehvideos, dass da eins das 100. wird, weil ich hatte mir das ein bisschen vorher ausgerechnet. Ich wusste so, okay, ich könnte es schaffen, an meinem Geburtstag den 100. Vlog aufzunehmen. Deswegen habe ich gesagt, komm, wir machen ein neues Format, Topra dreht. Dann haben wir das auch nochmal separiert mit Studium und Filmdreh, so Making-of-mäßig. Einfach, fand ich irgendwie cool und es hat dann auch ganz gut gepasst wegen den 100 Vlogs halt. So, Quantum, und jetzt kommen wir nochmal zu dir, Sex Reamp, dass du dich da bedankt hast, dass ich dich reingeholt habe. Ich kann den Dank natürlich nur zurückgeben, denn, wie wir ja wissen, im November ist Bloody Beach 2 gestartet und da war ich nur dabei, dank dem lieben Quantum, der mich angeschrieben hatte, ob ich nicht Bock hätte, mit ihm in ein Team zu kommen. Hab dann leider zu spät geantwortet, war dann deswegen nicht mit ihm im Team, sondern Lovely Potato mal wieder, aber mit dem macht es immer Spaß, ohne Witz. Also, wir sind schon ein gutes Team, auch wenn wir echt blöd sind eigentlich so. Äh, weil er ist so der, der eigentlich alles reißen würde und ich ziehe ihn halt so ein bisschen runter, weil ich halt echt schlecht bin in PvP. Naja, Quantum, an der Stelle wirklich danke, dass du mich in Bloody Beach 2 geholt hast. Springen wir einfach direkt in den Dezember rein, weil ich keinen Plan habe, was sonst noch so passiert ist. Ich hätte jetzt noch mehr Recherche machen können, aber ganz ehrlich, nö, so bin ich halt. Ich bin faul und ich mache das, was mir halt einfällt, ne? Deswegen jetzt am 26.12.2016 wurde mein Kanal vier fucking Jahre alt. Beziehungsweise mein erstes Video kam am 26.12. Der Kanal ist schon ein bisschen älter, der wurde ja schon im Juli erstellt, äh, 2012. Aber ich habe ja schon in einem anderen Vlog gesagt, so, der Dezember ist für mich die Geburtsstunde von Topra, weil da mein allererstes Video auf dem Kanal kam. Reden wir noch ein bisschen über den Dezember. Ich habe jetzt im Dezember, äh, laut Statistik, glaube ich, 50 Videos hochgeladen und das ist echt viel für mich, wenn man mich so kennt, weil ich habe manchmal monatelang Pause, was Videos angeht und jetzt echt 50 Videos. Und ich habe es wirklich geschafft, jeden Tag im Dezember einen Vlog rauszuhauen, wo ich so am Anfang dachte, hm, ich weiß nicht, ob ich es schaffe, aber ich habe es, also ich bin, da bin ich stolz auf mich, stolz, echt, ohne Witz. Ich habe es wirklich geschafft, 30 oder 31 Tage lang jeden Tag einen Vlog. Das hat ja schon am 30. November angefangen. Ja, Respekte an mich selber, an mich selber. Klopf, klopf, ohne Witz, ohne Witz. Und was auch noch im Dezember war, war mein erster Livestream auf YouTube. Denn ich habe ja jetzt ein bisschen schnelleren Upload und da dachte ich mir, ah, komm, streamen wir mal noch ein bisschen. Der kam, glaube ich, vor zwei Tagen. Gestern kam ja auch einer. Das Video mit den Highlights müsste, wenn ihr das jetzt seht, ihr seht ja das um 0 Uhr, dann müsste das Video von den Highlights, ich glaube, ich stelle es um 12 Uhr online, also genau in 12 Stunden kommt dann das Highlight-Video von dem zweiten Stream auf YouTube, den ich gemacht habe. beziehungsweise, wenn man es ganz genau nimmt, den dritten, weil wir zwischendrin kurz abgebrochen hatten wegen Einstellungen, Meinstellungen und so. Ich war das Jahr über mehr oder minder aktiv. Wozu gab es mal so ein paar Flauten, wo wir gesagt haben, jetzt kommen keine Videos und so. Da hatte ich halt einfach keinen Bock und nicht den Nerv dazu aufzunehmen. Mir fällt gerade noch ein, ich habe ja dieses Jahr, glaube ich, auch erste Walking Dead angefangen. Ein Projekt, was mir sehr ans Herz gewachsen ist, ganz ehrlich. Also das Projekt hat mir mega Spaß gemacht, Staffel 1 und 2, ohne Witz. Und jetzt Staffel 3, ey, da hat Telltale wieder... Ich weiß, es kamen schon wieder eine Weile keine Videos, aber... Ne, also das Projekt liegt mir echt am Herzen und ich werde es auch weiterführen. Ich habe ja auch Staffel 2 beendet, da hat meine Schwester nämlich immer gesagt, mach zu Ende, bald kommt Season 3 und dann bist du noch in 2. Und ich habe es beendet jetzt nicht nur, weil es meine Schwester gesagt hat, sondern auch, weil ich es selber wollte. Es gab Höhen und Tiefen, was Views angeht. Also ich hatte irgendwann mal im November echt gute Views für meine Verhältnisse. So, ich glaube, pro Vlog 40 bis 50 Stück. Dann ist es wieder runtergegangen auf 10 bis 20 und ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Aber ich mache die Videos einfach, weil ich Bock drauf habe und weil ein paar von euch auch einfach zuschauen. Auch gerade Freunde von mir, jetzt zum Beispiel der Dani, der aktive Spritzer. Ich weiß, ist von Montana Black geklaut. Und ja, der schaut ja jetzt mittlerweile aktiv die Vlogs an. Chiara schaut sehr aktiv. Ritwan schaut sie nicht mehr so aktiv, weil er fast in jedem eigentlich dabei ist. Aber so, ja. Also da haben wir schon so eine kleine Community aufgebaut. Muss doch nicht immer 50 Millionen sein. Können doch auch einfach mal nur 5 sein. Und an alle anderen, die auch immer fleißig kommentieren. Ich danke euch. Es freut mich. Das motiviert einen echt. Also selbst wenn es nur ein, zwei Leute sind, wenn die schreiben, hey, geiler Vlog, mach weiter, bla, bla, bla. Klar, das motiviert einen und dann geht es auch weiter. Wisst ihr, warte ich mal eine. Verstehst du das? Gut, das war mein Jahresrückblick 2016. Vielleicht gucke ich mal, dass ich im Jahr 2017 mir ein paar mehr Notizen mache, was so abging. Weil das war jetzt hier durcheinander und hin und her und wuh und wuh. Ich wollte das hier als Lückenfüller haben. Einfach, dass der Vlog der 200. ist. Und in dem Sinne sage ich, ich wünsche euch einen guten Rutsch. Oder ich hoffe, dass ihr gut reingerutscht seid. Und ich wünsche euch ein frohes neues Jahr 2017. Bis zum nächsten Vlog oder Video, wie auch immer im Jahr 2017. Haut rein. Fuah.